Mein Name ist Tim Klein, ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus Österreich. Ich bin Schüler des Linzer Musikgymnasiums und ich bin gleichzeitig Jungstudent an der Anton-Bruckner-Private-Universität in Linz in der Klasse von Michael Langer. Und ich bin auf das Gitarre-Festival in Nürtingen aufmerksam geworden durch einen Flyer, der am Schreibtisch gelegen ist von Michael. Und bei dem Flyer mitgenommen hat man ihn daheim angeschaut und ich war ja nicht sofort überzeugt, dass ich da hermöchte, weil es eine große Vielfalt gibt von verschiedensten Leuten aus verschiedenen Stilbereichen und ich habe mir gedacht, da kann ich sicher ein paar nützliche Hinweise und Tipps finden, die mir wieder besser machen werden auf mein Instrument. Also ich bin nicht enttäuscht worden, es ist grandios da. Man hat viele verschiedene Konzerte, von vielen verschiedenen Künstlerpersönlichkeiten, aus verschiedenen Stilen, verschiedenen Techniken, man hat eine super Noten- und Instrumentenausstellung, man hat eigentlich alles, was zu einem wirklich guten und mit einer hohen Qualität für sich ein Festival dazugehört. Ja, ich habe gestern dann auch noch die Ehre gehabt, dass ich mit Michael Langer einen Teil von seinem Konzert bestreiten habe dürfen. Ich finde es super. wie man da in diese Nüttingen-Gitarre-Festival-Familie aufgenommen wird. Die Leute sind alle furchtbar nett, sind alle sehr bemüht, auch das Vorbereitungsteam schaut, dass wir den Aufenthalt für einen so gut wie möglich machen und darstellen. Und es ist wirklich sehr super und ich kann es einem jeden Gitarristen nur empfehlen, dass er einmal nach Nüttingen fährt und ich bin überzeugt davon, dass das Nüttinger Gitarrn-Festival auch in den nächsten Jahren Regen-Besuch haben wird, weil es einfach super ist. Danke! 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 Danke!